Hallo wieder. Ist ziemlich hell bei mir. Okay, dann werden wir das ändern. Moment, Moment, Moment. Filter. Hast du vielleicht noch Gamma in OBS hochgedreht oder so? Kann das sein? Ich strebe mal ein bisschen Helligkeit runter. Müsste jetzt, könnte jetzt etwas besser sein, hoffe ich. Ich habe natürlich auch meine Taschenlampe, also meine Lampe an. Und so ist es ohne Lampe. Jetzt sind natürlich auch die Nachtfolgen länger, ne? Ja, 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 ja. Bleibt ja nicht aus irgendwie, ne? Bleibt überhaupt nicht aus. Ne, das ist, ja, das ist klar. So. Oh, ich habe kein Holz. Gib mir Eisen. Ich will Eisen finden. Ich will Holz. Eisen. Ich will. Ja. So. Da ist kein Holz, aber da sind die Spikes, die ich gesucht habe. Das gehört da nicht rein. Toll, ich bin auf dem Bedrock angekommen. Ja, geil. Na, ist ja klasse. Läuft bei dir. Ja, ne. Das bedeutet hier, ich brauche gar nicht weiter nach Eisen zu suchen. Ja, kann man raus endebredieren. Kann man, ne? Okay, dann gehe ich jetzt woanders hin. Was ist das? Das ist leider Kohle. Okay. Also hier unten, wir haben eine riesige Bleimine jetzt unter unserem Haus. Ja, geil, läuft. Ja, aber wenn wir jetzt, wir bräuchten andere Sachen eventuell eher als Blei halt. Weißt du? Das ist so das Ding. Versteher. Hä? Hä? So, okay. Ähm. Ja, das war's schon wieder. Ich kann mich jetzt natürlich nochmal in die Richtung wie blöd hacken. Ähm. Oder ich fang ganz woanders an zu graben. Ja, mir ist auch gesagt worden, hier baut doch mal eine Regenrinne. Da braucht ihr nicht ständig einen Eimer Wasser raus bei euren Bäumen. Ist, äh. Ist recht. Ist richtig. Stimmt auch alles. Ähm. Ist so. Tatsächlich. Äh. Die Bäume sind noch. Ach. Hab ich mich erschreckt. Mimimimi. Well. Ja, genau. Was? Was denn? Äh, ich soll dir ausrichten. Mimimimi. Warum? Weshalb denn? Warum weiß ich nicht? In welchem Kontext? In welchem Kontext? Vielen Dank in diesem Fall für das Trinkgeld. Haha. Auftrag erfüllt. Diese Mimimi-Leute sind bei uns regelmäßig aus dem Raid geflogen im WoW. Ehrlich? Unglaublich. Schämt euch. Macht nämlich. Was? Wir haben durcheinander. CPL. Wieso folgst du mir jetzt? Du hast mich doch schon. Äh. Ja, CPL. Aber dankeschön dafür. Und fährt Oslo? Du schenkst beim Dummy-Account jetzt ein Abo? Oh Mann, dankeschön. Das ist unglaublich, ey. Aber ich will die Frucht noch wegbringen. Frucht weg. Bäm. So. Das ist, äh. Danke. Quink. So. Dann kann ich mit denen ja am Wochenende mal rumspielen. Äh, testen. Das wird mir da wieder anders ausgelegt. Dann nehme ich 900er Bäume nehme ich auch. Was soll das? Also ich brauche das Holz. Das ist eine Eisenschaufel. Ähm. Haben wir denn noch, ähm. Haben wir denn noch? Ach. Haben wir gleich wieder. Forged Iron. Äh. Habe ich überhaupt keinen Wood Frame mehr? Es sind 600er. Wood Frame. Machen wir nochmal 50. Kraft. Klappen auch weg. Oh. Oh. Repair. So. Danke. Das reicht ja. Wo ist denn die Schaufel jetzt? Achso. Wer ist denn der Dummie? Der Dummie, ne? Okay. Ich versuche mich jetzt mal im Dunkeln dann draußen, ähm. Du hast ein lila Quadrat voller Nachtsichtgeräte. Ja, ja. Das ist schlimm. Ich weiß, das ist ein Grafikfehler. Das ist aber nicht beabsichtigt. So, okay. Das ist doch wahrscheinlich immer noch so, dass man unter Gravel graben sollte, ne? Oder? Ja. Um Berg zu suchen. Weiß ich nicht. Also, da würde ich keine Aussage tätigen. Nachher ist es einfach nur Legende. Es lohnt sich überall zu graben. Und es lohnt sich eher im Schneebiom jetzt, oder? Äh. Im Schneebiom finden wir das Jodid, was wir brauchen, um Jod herzustellen. Wofür brauchen wir nochmal das Jodid? Spätestens wenn wir ein AKW... Radioaktivität. Also, wichtig. Wichtig. Um auch am guten Loot zu kommen, ne? Genau. Da kannst du eine Mine eröffnen, wenn du willst. Leute! Jetzt verjagt mich nicht so. Erstmal würde ich das verjagen. Und zweitens habe ich eben ganz kurz... Okay, man kann ja irgendeinen Namen eingeben. Ich dachte mir eben, wer hat sich jetzt mit meinem Dummy-Account eingeloggt und spendet mir einen Euro. Dankeschön. Du hast mich erschaffen, dann muss ich dir was spenden. Das ist auch schlimm. Ist das, ey. Ich werde dir so übel getrollt, Asra. Das kannst du dir gar nicht verstehen. Ja, aber auf ne ganz nette Art und Weise. Ah, okay. Ähm. Das war Dankeschön. Ey, aber der Hund, der war eben nicht gut an der Stelle. Weil ich gerade nach irgendwie Schneetiegern ausschaue halte hier. Ähm. Gravel. Gibt's denn irgendwo ne größere Gravel... Oh, da gibt's ne größere Gravel-Ansammlung. Da würde ich ganz gerne hin. Ja, cool, wie das Lichtschwert gelb wird im Dunkeln. Ah, da hinten ist ein Schneetiger. Den sieht man sehr gut. Den weißen jedenfalls mit dem Nachtsichtgerät. Ich hoffe, der bemerkt mich nicht irgendwie. Und kommt dann gleich rüber, wenn ich hier anfange zu buddeln. Ähm. Ein bisschen aufräumen wäre jetzt mal cool. Also, Steine nehme ich selber. Das ist ein Magazin. Das ist... Das können wir gebrauchen. 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 Das ist... Scrub. 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 Das ist Uran. Herr damit. Das ist gar kein Gravel. Das ist Gravel hier, oder? Das ist gut. Hunting Knife book kenne ich bereits. Aber genau da will ich doch jetzt nicht hin. Oh, Nitrat Power. Guck an, da hängt es rum. Was ist denn das? Ist das braune Gravel? Oder ist das... Da würde ich eigentlich gerne da hin. mit was, alter Knabe? Danke, CPL. Danke, CPL. Ey, der Schneetäger sitzt genau auf so einem Gravelgebiet, ne? So halb. Naja, okay. Ich versuch's mal. Der darf mir jetzt aber echt nicht zu nahe kommen und sich ein bisschen im Auge behalten. Oh. Oh. Church. Vielen lieben Dank für dein Abo. So. Oh, das gefällt mir nicht. Äh, warte mal. Ich mach erstmal einen Deckel oben drauf hier. Erstmal einen Woodframe oben drauf setzen. Das kann so schlecht nicht sein, glaube ich. Na? Na? Na komm. Einer geht noch. So. Okay. Jetzt fühl ich mich schon mal ein bisschen wohler. In welche Richtung wollen wir denn? Ähm. Ich glaube... Wir wollen die Leiter... So, jetzt brauche ich Zement zum Ausbessern der Wand. Und ich hab's gerne, wenn die Spikes bei den Waffen sind. Das ist für mich Sinn. Das ergibt für mich mehr Logik. Drei... Ähm. Da ist Zement. Haben wir noch mehr Zement? Das ist die Frage. Leute, ich bin jetzt in Sicherheit. Mir passiert hier auch nix mehr. Alles gut. Zombie und Donated. Ein Euro. Dankeschön, ja. Danke, 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 danke. Ja, da gibt's einen Codown, genau. Ähm. Ah. Oh, wie schön. Ich kann ja zwischen Helm, Lampe und Nachtsichtgerät einfach mit F-drücken wechseln. Ja, ja, ja. Oh, das ist angenehm. Ähm. Man kann doch mit dem Tomahawk gar nichts aufwerten oder reparieren, oder? Ne, abbauen kannst du damit. Ähm. Ähm. Wahrscheinlich ist, ähm, der, der Tomahawk von dem Indianerstamm gemeint. Dieser spezielle. Den hab, äh, aber nur ich. Ach so, ja. Okay, dann ist der wahrscheinlich damit gemeint. Schade, weil ich jetzt gerade die Woodframes gar nicht aufwerten kann, bevor ich mich jetzt, ähm, bevor ich Leitern dran hänge, weißt du? Ah ja. Das, äh, geht gerade gar nicht. So. Oh, ich hab ja nen Hammer dabei. Ja, Tatsache. Danke. Hab ich nicht gesehen. Danke, danke, danke. Ja, dann kann ich das ja gleich machen. Das wär ganz gut. Ja, ich find's irgendwie schöner, wenn's aufgewertet ist. Vor allem laufe ich dann nicht Gefahr, dass ich versehentlich mal irgendwie nen Dock wegnehme. Und dann, äh. Ähm, so. Machen wir dann noch mal rein, noch mal rein, noch mal rein. Sehr schön. Ja, okay, so kann man's natürlich auch machen. Ähm. Aber das will ich jetzt nicht dauerhaft so machen, das kostet zu viel Strom. Mit dem Laserschwert macht das natürlich voll Spaß auf Steinen einzuhacken, ne, muss ich sagen. Ja, hau rein, nutz es. Nee. Nee, nee, da brauche, ich brauche, ich brauche ja, ich brauche eigentlich den, den, den Akku dafür, weißt du? Das ist so. Ich friere schon wieder? Warum? Au. Okay, so. Passt das? Dann können wir jetzt die Leitern mal dran packen, ja. Dann brauchen wir noch ein paar mehr. Leitern. Ich hoffe, mein Holz reicht, das wäre... Ja doch, reicht aber, das Holz. Ich versuche mehr auf den Chatsach. Ich versuche es wirklich. Äh, soweit es natürlich hier in der Starvation überhaupt möglich ist. Er war stets bemüht auf den Chatsach. Oh, ein Zuhalt, ja genau. Er stets bemüht. Stets bemüht ist, glaube ich... Ist das eine 5? Er war stets bemüht? Im Arbeitszeugnis, ne? Er war stets bemüht, ist, glaube ich, eine 5. Ja. 5 oder 6? Ganz schlecht. Ich weiß nicht, auf alle Fälle nicht so richtig. Nee, das ist ganz undurch. Holy moly. Ich hatte mal eine Liste, da stand alles Mögliche drin, was im Arbeitszeugnis was bedeutet. Wo ein aus Versehen Komma oder Punkt, was welche Bedeutung hat und so. Ja, ja. Da darfst du nichts Schlechtes reinschneiden. Aber das ist... Das Problem ist nur, wie ich finde, ist erstmal passt sich sowas eventuell mit der Zeit an. Ja. Und... Das tut's. Ich habe auch mal einen Arbeitgeber gehabt, der hat auf sowas gar nicht... Genau. Und das finde ich von der Idee her okay. Nur dann stellt sich gleich die Anschlussfrage, kann der andere, der das dann liest, damit überhaupt was anfangen? Oder wertet der womöglich, interpretiert der nicht womöglich Sachen denn etwas rein, was so gar nicht gemeint war? Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja. Das ist dann halt so eine Sache, ne? Übrigens, wir sind ja letztens bei den Spuckern jetzt mal ein anderes Thema gestorben, weil die durch die Gitter durchgespuckt haben. Ne? Du erinnerst dich. Ja. Die Metal... Scheiße. Ja. Die MG4 wird ja sehr gefallen. Ist das so? Ah, bleib stehen. Ja, ich stehe ja schon. Alles klar. Ach, dir mach ich. Hackfleisch. Ach. Ach, sag. Stress gar nicht. Ich kann gar nicht. Gleich, 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 gleich. Stress mit den Nachbarn. Ach. Hm? 13 Leben. Alter Schwede. Okay, wie viele hat der andere? Die andere ist tot. Ähm. Zombie oder NPC? Ja, jetzt ist Schreierin und jetzt haben wir Horde vor der Hilde. Ach so. Aber ich hab ja grad die Spikes repariert. Jetzt weiß ich auch warum. Die Metal Trussings, die sollen wohl gut funktionieren. Da können sie nicht durchspucken. Aber wir können durchschießen. Potassium. Geil. Also war jetzt nur ein Vorkommen, aber... Immerhin. Ich hab nur einen Block gehabt mit Potassium gerade. Ja. Aber wo ein Block ist, ist es ja vielleicht auch mehr. Ich werde jetzt... Ich hab was Liedernes. Ja, hier Rot. Sehr schön. Dass es Jod ist, merkt man aber auch erst beim zweiten Schlag, ne? Beim ersten Schlag merkst du es ihm nicht an. Mhm. Ich hab richtig viel Jod, glaub ich, hier. Also ich weiß nicht. Es sind schon ein paar Blöcke, die ich jetzt habe, ne? Mhm. Ich weiß auch nicht, in welcher Menge wir das brauchen. Da hab ich ja keine Erfahrung mit. Oh, und Eisen. Hahaha. Oh, das war ne gute Idee. Vielen Dank nochmal für den Hinweis mit dem Schnee hier oben und so. Also allein wegen Jod. Wie cool. Ach, sag, freu dich nochmal mit. Ich bin grad, äh, Spucker am... Na, okay. Ja, und ich hab auch nicht allzu viele Leben. Mit 14 Leben ist das so ne Challenge hier. Ach, das schaffst du, Mr. Hardcore. Du bist doch... Ne? Ist doch gleich schon mal ne gute Übung für dein eigenes Event. Der explodiert. Und bam. 14. Februar war das, ne? 14 der Zweite. Yes, please. Kann man gar nicht oft genug Werbung für machen. Kann man nicht oft genug machen. 30 Leute, äh, bestimmt 15 Streamer. Also auf Twitch ist die Hölle los. Ja. Könnt euch da eure Lieblingskanäle irgendwie raussuchen und die dann im Multistream gucken. Und, äh, und mir vielleicht mal die Daumen drücken, weil ich würd ganz gern mal ein Event bis zum Ende leben. Hm. Gibt ja einen Jod-Haushalt. Ja, ja. Ja, ich kann auch Mats aufnehmen. Das läuft. Wir haben hier richtig viel Jod, ne? Ja, immer her damit. Das ist so richtig viel Jod. Ja, ja, als her damit. Ich hab keine Ahnung, in welchen Mengen man das dann nachher herstellen muss, irgendwie die Tabletten. Wenn du sagst, wir brauchen 500 Jod für eine Tablette oder sowas? Ne, nimm mit, was du kriegen kannst einfach. Das ist so, das ist schon okay. Gut, wenn wir nachher die Kiste voll haben. Das lohnt sich gerade richtig. Ich mach mal ein Foto davon. Auch wenn's jetzt kein Aufregen ist. Alles aber... Ich hab mir vor, noch mal wieder ab und zu mal ein paar mehr Screenshots zu machen. Ich vergesse das. Ich vergesse das aber, die Screenshots zu machen. Aber wenn ich vergesse, die Screenshots zu machen, dann stimmt auch schon irgendwas nicht. Das stimmt. Das ist richtig. Weil ich bin ja quasi der Tourist unter den Let's Playern. Ja. Wo ist der Spucke? Da war noch einer. Ich bin glücklich. Okay. Dann gehen wir da ran. Ein neuer Tag im Paradies, kannst du dir nur sagen. Ja. Spucke ist weg. Können wir gleich mit der Reparaturarbeit weitermachen? Ich find's eigentlich ganz gut, dass wir jetzt doch die Zeit müssen hochgestellt. Das merkt man. Also, ich hab jetzt wirklich hier Zeit, auch mal aktiv Bergbau zu betreiben. Das hilft uns auch weiter. Ja. Also, die ist jetzt richtig extrem hochgestellt. Also, war schon ordentlich. Ja. Es ist dem Mod geschuldet. Im normalen 7 Days to Die Vanilla würde ich nicht auf Google kommen. Aber, ähm. Aber, ähm. Ja. So, ich repariere mal wieder die Spikes. Das war ja hier alles kaputt. Kannst du nochmal, ähm, nach der Zementschmiede gucken, ob die da nochmal ein bisschen Stein vertragen kann oder weitere Zementherstellungen oder so. Ja, ja, die hab ich im Auge. Die hab ich im Auge. Okay. Das ist gut. Weil ich bringe reichlich mit von allem. Da hat doch wieder irgendwas gekrumpft da draußen. Na, ich mach mir mal kleiner. Ich hab das Gefühl, die hören mich da draußen so laut. Das ist vielleicht auch nicht so cool. Na? Ach komm. Wie man das nicht sehen kann, dass das Gravel ist, ne? Weil es einfach stumpf aussieht wie, äh. Na, ist ja witzig. Ah, toll. Ah. Was ist denn das für ein Geräusch da draußen gewesen? Das kenne ich da irgendwoher. Was war denn das für ein Geräusch da draußen? Guck, der explodierende Spucker hier. Das ist der hier für einen Schaden verursacht hat. Krass, hier. Das kenne ich auf. Oh. Spikes. Wie geil. Das ist richtig cool hier. Die Musi gefällt mir. Vielen Dank für den Follow. Vielen lieben Dank. Nimm mal den Bohrer von Asker. Willkommen im Team. Willkommen in der Community hier. Den musst du alle Nasalagen reparieren. Ich fühl das mit der Axt ganz okay, muss ich sagen. Den Bohrer musst du alle Sekunden reparieren. Da geht nur, äh, da gehen nur unheimlich viele Repair-Kids da drauf für den Bohrer. Ich stehe auf. Ich sehe auch gar nicht so unbedingt die Veranlassung einen Bohrer zu benutzen, wenn es läuft ja gerade. ich habe ja hier eine riesen Ader gefunden und, ähm, da macht eigentlich auch dann jeder Schlag Spaß, weißt du so. Mhm. Wenn du, wenn du am suchen bist, dann finde ich einen Bohrer, würde ich wahrscheinlich noch ganz praktisch finden, ähm, weil du willst ja erstmal da hinkommen, wo es interessant wird. Aber sofern ich dann Ressourcen gefunden habe, mache ich das auch gerne mit, äh, mit der Hand. Also mit, mit, auf Metall, auf Eisen mit dem Bohrer zu gehen, weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Mhm. Also ob sich das wirklich rentiert sein hat. Ja, das muss man dann rausfinden irgendwie. So. Gucken wir mal. Dann können wir hier gleich mal anfangen, irgendwie mal Treppen zu setzen. So. Äh. Dann kann sich so eine Höhle ja auch schön machen. Ja. Einmal eat this. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier los ist. Diese Ader hier. Das ist der Hammer ist das. Asrak. Okay. Ja. Wie gesagt, vor allen Dingen Eisen, Eisen, Eisen. Das ist gerade ganz wichtig für mich. Gravel kriege ich auch zwischendurch immer. Mhm. Danke für die Spende von 1 Euro. So. Sieben Tage wirst du sehen. Danach als Zombie von uns gehen. Sieben Tage wirst du sein als Dino. Also wir steigen jetzt um. Danach. Von diesen Iron Bass auf die Metal Trussings. Tage verfolgt von Gaia und Benchet. Dicht wie nix. Dicht wie nix. Bitte was? Vielen Dank für den Follow. Ich sing es jetzt nicht. Ich weiß, dass das irgendwie drückt. So geil. Geiler Name. Dicht wie nix. Dicht wie nix. Dicht wie nix. Dicht wie nix. Ja. Sehr schön. So. Das ist ein netter Versuch, mich zum Sink zu bringen. Irgendwo läuft hier draußen irgendein Zombie rum. Ich kann das vom Geräusch her gerade aber nicht erkennen, was es ist. Das ist doch Göbel hier unter mir. Oder bin ich mir das ein? Nee. Ah, da geht's weiter mit dem Eisen. Das ist gut. Das ist gut. Boah, Blei ist hier auch noch mal. Aber Potassium würde ich viel geiler finden. Das ist glaube ich ein normaler Schneezombie, oder? Der da ist vom Geräusch her? Oder wonach? Versucht natürlich. Ich hätte gerne einen Bohrer. Da ging jetzt nämlich alles zack zack. Einen Bohrer hatten wir doch. Aber der ist hinüber. Den können wir nicht reparieren, wollen wir keine und so weiter. Ah stimmt, okay. Damit wäre ja dann auch gleich der Hinweis bei mir im Chat dann auch mit abgetan. Ja, wir hatten einen, aber der ist halt kaputt. So. Und wir haben noch kein Buch gefordert. Der ist am AA. Das ist dann doof. Was braucht man denn so Recipes? Wir können mit Grain Alkohol und einem Jod stellen wir diese Jodin Solution her. Mhm. Mhm. Ein Jod und ein Alkohol. Geht. Du könntest schon mal anfangen Alkohol leer zu stellen, falls wir das können. Nö, können wir nicht. Wir haben keine Brennerei. Kann man da mal ein Kämpfeier machen, oder haben sie es geändert? Hahaha, doch nicht ein nächster Rechenmott. Ja, kann der Alkohol dann mehr? Ich mag, knallt der dann wenigstens rein? Nein, die Herstellung des Alkohols geht nur in eine Brennerei. Du musst eine Skillpunkte veropfern, oder kann man die einfach herstellen? Ich glaube, da brauchst du ein Buch für. Ich muss gleich mal gucken. Haben wir denn überhaupt schon Alkohol gefunden? Wir müssten Alkohol haben. Haben wir. Wie viel denn? 15. 15? Nein, mehr. 19. 19. Jetzt können wir uns also 19 Jodlösungen herstellen. Theoretisch. Ist das viel? Die kann man dann so trinken, die Jodlösung? Oder muss man die wieder in das reinmischen? Also, wir stellen natürlich dann nicht die Jodlösung her, sondern Spritzen. Und da müssen wir ein bisschen mehr investieren mit. Ja gut, aus dem Jod kannst du nur diese Jodlösung herstellen. Ja, ja. Das kannst du später umwandeln. Da brauchen wir aber noch was für. So, möchtest du mal so grob wissen? Also, ich habe hier nur einen Teil von dem Jod jetzt erstmal abgebaut, ne? Mhm. Willst du wissen, wie viel es ist? Wir haben schon wahrscheinlich reichlich jetzt, ne? Ja, aber wie viel ist denn reichlich? So. 200? 300? Ja, nee, ich bin jetzt bei 1835 angekommen. Ja, das ist doch super. Da geht auch was. Wir können, wenn das was bringt, können wir das Jod ja auch verticken beim Händler, ne? Ja, müssen wir gucken, ob das lohnend ist. Ne, ein Stack 489. Pfff, seh ich gar nicht ein. 1000 Stück. Ja, da gibt's bessere Sachen. Also, ich denke mal, das ist der Preis für 1000. Ja, nee, auf gar keinen Fall. Küchterhändler nicht für den Preis. Also, für den Preis lutsche ich das einfach so. Ich verstehe. Und kann ich schaden? Äh, ja. Na nun? Na? Ne? Ich will das mal wieder ans Tageslicht. Man kann auch mit Calcium und Zement zum Pulver machen, was man mit dem Jod vermischt und daraus dann Tabletten machen kann. Mhm. Das sind dann die Painkiller oder normale Jod Tabletten? Ne, nix Painkiller. Painkiller kannst du so nicht herstellen. Ah, okay. Das wäre noch attraktiv, wenn wir Painkiller herstellen können. Ja. Das war jetzt ein Pfirsichbäumchen. Wenn es da gerade um die Ohren geklogen ist. Also, so viel Jod brauchen wir hier gerade gar nicht. Wir haben also eigentlich viel zu viel Jod. Okay. Ich muss nur durchs Jod durch, um an das Eisen zu kommen. Das ist das Problem. Mhm. Also, wenn das jetzt richtig Kohle bringen würde beim Händler, könnte man ja noch drüber reden. Aber ein 1.000er ist der XF 500. Das lohnt sich eigentlich. Nee. Ich glaube, das ist nix. Ich stelle gleich mal den Hundenabf und Hunderfutter her für den Babytiger. Ja. Das könnte man eigentlich mal machen. Ja. Wir haben doch ein schönes Haustier gefunden. Pass auf. Ein seltenes, geiles Exemplar. Ich geh mal zurück. Ich bring mal Metall mit und so. Dann komm ich mal zurück. Geh mal ins Tageslicht eben. Und wir könnten mal versuchen, die Köchin auf Position zu bringen. Ist sie denn aufgewacht, ja? Ja, am Tag. Also, die muss wach sein. Wenn sie noch lebt, ist sie wach. Vielleicht hat sie hier nachts umgedreht und ist in die Spikes gerollt. Nein, ich glaube nicht. Unsere wunde Birne. Da. Irgendwas höre ich. Irgendwas haben wir vorm Haus. Irgendwas Böses. Irgendwas Böses vorm Haus? Ja. Ich bin aber noch gar nicht zurück. Ich muss auch was essen. Das ist mein Nahrungsverbot. Warte. Warte. Warte, warte, warte. Dann bleibe ich noch hier. Ja. Ne, lass einen vorbei laufen. Oder willst du looten? Also, ich brauche noch ein bisschen. Also, ich könnte bestimmt noch mal 3.000 weitere Jod rausholen, wenn ich mir das so angucke. Okay. Problemlos. Ja. Also, die ganzen Wände links und rechts, alles voll mit Jod. Komplett grau alles hier. Okay. Egal, wo ich hingucke. Es ist unglaublich, die Mine. Ich klopp das jetzt doch noch mal eben kurz weg, weil dahinter könnte noch mal Eisen liegen. Vielleicht sollten wir da auch noch eine Hedge drauf machen. Das ist echt der Hammer. Damit unsere bescheuerten NPCs dann nicht drauf laufen. Vielleicht kann man mit der Jod-Lösung dann noch was anderes machen. Aber ich glaube, es ist schon wieder Zeit. Oh ja, 30 Minuten haben wir jetzt. 30 Minuten. Deswegen sagen wir mal fleißig, auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen, genau. Bis dann. Tschö. Tschö.